Grüß Gott und hallo, liebe Freunde. Grüß Gott und hallo, liebe Drehäugelfreunde, die ihr eine Drehäugel besitzt, die ihr auch manchmal Videos einstellt auf YouTube. Denn das heutige Stück verdanke ich Drehäugel Max, der auf YouTube es einstellte. Heidi, deine Welt sind die Berge. Ich habe es letztes Jahr gefunden, er spielte es mit seiner Raffin 31 und seitdem der Wunsch, diese Rolle musst du kaufen in Überlingen am Bodensee im Drehäugelhaus. Der Wunsch wurde wahr, die Rolle ist gekommen mit der Post und heute, Heidi, deine Welt sind die Berge. Nicht Frankfurt, wo du fern von der Heimat Heimweh hattest. Deine Welt sind die Berge und die Alm. Ich kann dich verstehen, weil ich bin selbst gern in den Bergen. Es ist eine wunderschöne Welt dort oben. Und in einem der Spielfilme eine rührende Szene als Kind habe ich geweint fast. Der Alm-Ügi, nach einem langen Leben alleine oben, teilweise mit dir, geht er in Unternsdorf und spielt wieder die Dorfäugel in der Kirche. Erhebend, so erhebend wie für mich als Kind. Da kommt der Wunsch her, eine Drehäugel zu kaufen, als in der Siedlung bei einem Fest der Drehäugelmann kam, die Drehäugel spielte und rief, hola, ho, der Brusler Drehäugelmann, der ist da. Heidi. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Musik Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn's Freude gemacht hat, gerne auch teilen. Vielen Dank.